Am gescheitsten gehst du gerade ins Bett, bis ich wiederkomme. Hast du gehört? Nein, mir gefällt es doch. Es ist schön, schön nass. Los, Bürstli. Ich sage dir jetzt, du gehst heim und zwar Augenblickli. Oh, verflixt. Jetzt kommt doch ausgerechnet Frau Berger. Du gehst jetzt heim, auch wenn du unsichtbar wirst. Verstanden? Weiter ist der Meister Eder nicht gekommen. Frau Berger war nämlich die Frau, die er den Stuhl hat bringen müssen. Sie hat den Schreiner freudig begrüsst und hat sich überschwänglich bedankt, dass er den alten Stuhl so schön geflickt hat. Der Meister Eder hat noch heimlich schnell zum Regen runtergeüchselt. Aber das ist Frau Berger nicht weiter aufgefallen. Sie hat sich nicht einmal gewundert, dass etwas, das man nicht sieht, ins Wasser geplatzt ist. Sie hat nur zum Haus ue geschaut, ob vielleicht jemand etwas zum Feister ausgerührt hat. Dann ist sie mit dem Meister Eder in die Wohnung ue. Der Pumuckl ist aber gar nicht etwa gerade heimgegangen. Auch wenn er ziemlich gefroren hat. Als er auf weiss nicht was für Umweg dann endlich gleich zuhause ist, hat er nicht daran gedacht, seine nasse Kleider abzuziehen. Er hat nur seine Nase angelangt und beruhigt festgestellt, dass sie noch keine Anstalten macht, davon zu laufen. So ist es halt gekommen, wie es hat muessen kommen. Am anderen Tag hat der Pumuckl Hals weh gehabt. Und er hat muessen müssen. Und Fieber hat er natürlich auch bekommen. Oh, mein Kopf. Aha, da haben wir es ja schon. Habe ich es nicht gesagt. Oh, mein Kopf ist so geschwoll. Ganz gross ist er. Wie ein Kasten so gross. Und mein Hals kratzt. Und kratzt und... Sternenfäufi, das hat mir jetzt gerade noch gefehlt, dass du krank wirst. Komm, zeig einmal deine Zunge. Meine Zunge ist das Einzige an meinem Kopf, das nicht wehtut. Da, da, musst du unter den Haaren anschauen. Da tut es weh. Sag. Aber beleid ist sie. Beleid? Mit was ist sie beleid? Wer hat etwas draufgegeht? Ich will kein beleid in die Zunge. Mir wäre es auch lieber, du wärst zu weh. Ich bin zu weh. Ich vermöre. Musst du den Ofen heizen. Kau, kau, kau. Kalt. Fieber hast du? Da drin ist es schon warm. Nein, nein, Eis kalt ist da drin. Eis, zupfen, kalt. Du gehst jetzt sofort ins Bett. Ich bin aber gar nicht müde. Ich habe noch kalt. Eigentlich sollte ich dir jetzt Fieber messen, aber wie mache ich das? Der Fiebermesser ist fast so gross wie der ganze Pumuckl. Ohne ich Fieber? Ziemlich sicher. Deine Augen glänzen auf alle Fälle ganz fiebrig. Augenfieber? Nasenfieber? Schäfli schaukelt du mir lieber. Was soll ich auch noch machen mit dir? Halt. Ich hasse. Ich sollte noch Tabletten, keine Grippe im Apothekerkästchen haben. Du schluckst jetzt eine Tablette und dann hopp ich ins Bett. Eine Tablette kann man ja gar nicht schlucken. Eine Tablette ist aus Holz und viel, viel zu gross. Dummes Zeug. Eine Tablette und eine Tablette sind dann nicht das gleiche. Das ist das. Das ist das. Das ist das.